Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Schein des Lightning Kingdom, den absolut besten Spiel, das es jemals gab und niemand wird. Ja, naja. Lassen wir es mal dabei. Das Spiel macht wir echt fertig manchmal. Hm, wenn wir da runterfallen, ist es bestimmt gut für uns. Hier machen wir so die Levelbegrinzungen. Alter Schwede, ist doch nicht wahr. Hm, sehen wir da drin irgendwas? Ne, sieht nur irgendwie kaputt, etwas kaputt da drin aus. Ist die Tür gerade von einer aufgegangen? Oh Gott, das kann nicht gut, kann nicht gut in mir. Kampf. Dieses Haus steckt voller Energien. Es sind so traurige Erinnerungen. Ah, okay. Es wird langsam unerträglich. Wir sollten hier nicht länger als unbedingt nötig bleiben. Es, es ist... Ich sag euch, es ist... Der K-K-Kurin ist da! Du, da oben! Hey, wer bist du? Zeig dich! Scheint dir wohl Spaß zu machen, uns dabei zuzuschauen, wie wir herumhören, oder? Spanner! Nee, ist noch da. Okay. Wird er sein können. Ja, erst mal ignorieren. Der will bestimmt Beachtung haben. Ignorieren den erst mal. Oh, Gendelhelm. Wow, das ist bestimmt das ultra-mega-krass-geile Item. Das ultra-mega-krass-geile Item. Ja, okay. Er kann es nicht tragen. Er auch nicht. Doch, er kann es tragen. Oh, das verbessert ihn ja ordentlich. Seine, äh, Spanier, äh, äh, seine Spanisch-Kenntnisse werden besser und seine Vitoli-Glitchko-Kenntnisse sind auch besser geworden. Sehr schön. Nehmen wir doch. Und das machen wir doch mit. Oh, das arme Eichhörnchen, ey. Das hängt bestimmt schon seit ein paar Jahrzehnten. Und es sieht immer noch frisch aus. Nice. ja ich bin gesagt niemand würde vermuten dass sich da ein tier drum bewegt da ist auch ein hallo da sind blumen gemalt da muss ein bisschen lang ich muss es einfach ausprobieren level begrenzungen hallo hallo du darf ich bin ein größter fan ich möchte ein let's play mit dem machen ja ich gehe schon ja und 3 2 1 doch mal so ein vordes und böse gegner und die geister erzeugt die vergift mich wenigstens nicht ja ja So, wie gefällt dir das, ne? Ja, meine sauberen Griffe können auch reinhauen. Boah, der taucht direkt vor mir auf, ernsthaft? Das mag ich ja auch, total. Oh, perfekt geteilt und ausgeglichen. Ja, und tschüssi, Korski, ne? Na, die Geister sind gar nicht mal so schlimm. Ich mag die Geister, sie sind einfach zu besiegen. Ich sag, ich sag, kein Problem, wenn's anstrengend ist, Gegner zu besiegen, aber unfaire Gegner macht keinen Spaß. So, der hat die Kamera geändert. Hallo? Nachtsichtbrille, uh, so schön was für, für Poké, okay, gucken wir mal, nee. Ah, und dann mal dieses, die Tastatur belegen. Okay, genau, 80 Punkte. Ah, verbessert sich so ein bisschen seine Werte. Wir sind auch, dass er sowieso kacke ist. Ach, guck mal, unten sind wir gerade lang gelaufen. Oh, cool. So verbindet sich alles. Hä? Ich, immer, darunter muss ich bestimmt nicht. Achso, wir müssen einfach allgemein zurück, umgehe ich dann hier lang. Ich dachte, es ist jetzt so der coole, krasse Weg oder so. Also, die, also die Minimap ist so für'n Arsch, ey, ganz ehrlich. Du denkst, du kommst da irgendwo hin oder du findest da irgendwas und dann ist da, äh, dann ist da plötzlich gar kein Weg. Obwohl man auf der Minimap meinen würde, dass da ein Weg ist. Ja. Ach, der hat den ganzen Tag nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob ich, 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 ich riskiere aber nichts. Ich weiß, dass dadurch sauer ist, länger und so weiter und so für ordentlich. Aber bei dem Spiel müsste ich einfach nichts riskieren. Jedes, jedes Mal eine Passage nochmal neu machen zu müssen, ist eine Qual. Es ist einfach eine Qual und ich komm hier nicht hoch. Okay. Hm, hm, hm. Ich meine, wenn man, ich habe ja Dark Souls nie gespielt, aber wenn man bei, ich, soweit ich weiß, ist, wenn man bei Dark Souls einen Fehler macht, ja? Äh, wenn man, oder beziehungsweise, wenn man da stirbt, ist es meistens die eigene Schuld. Bei dem Spiel ist es ja, weil ich sie sehe andersrum, oder? Was ist das denn vom Bild? Es sieht aus wie, es sieht aus wie, ah, das kommt mir bekannt vor. Pardon. Kommt mir echt bekannt vor, das Bild. Ach ja, hier aus, ähm, Munster-AG. Jetzt irgendwie, komm ich da runter? Okay. Wie komm ich jetzt da runter? Alter, dieses Spiel. Jetzt mochte mich einfach fertig. Wollte ich jetzt den ganzen Weg hier zurück latschen? Das kann doch nicht sein. Kann ich einfach runterspringen? Hey, wir gucken mal ins Tagebuch. Tagebuch, 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 Tagebuch. Ah, da unten wasser. Äh, schnell, wir müssen weg. Nun wäre sich, nun wird sich der Berg im wahrsten Sinne des Wortes von einer anderen Seite zeigen. Wieso steht der, wir müssen weg? Wir haben die ganzen Werke bestiegen und müssen jetzt wieder zurück. Ah, wie schön. Guck mal hier, ich habe ein Geschenk für dich. Ich hoffe, es macht dir ganz viel Spaß. Genauso viel Spaß macht, wie mir dieses Spiel tut. Kannst dagegen echt nichts machen. Und er ist tot. So. Guck mal, vielleicht ist er dann gleich tot. Das wäre sehr, sehr schön. Alter, die Typen, ey. Vor allem, dass sie so schnell diese Verstummen hintereinander machen können. So. Sehr schön. Oh, Level 38. Nice. Ach, Mann. Warum kann er sich die Blickkrieche nicht merken? Svirus, Svirus. Warum wird auf der Map Vater's Grab angezeigt, dass wir Turkin sind? Ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, nicht mir, So, der andere Gegner ist ja im Verhältnis dazu billig und einfach. Der fette große Klops, der ist ja relativ verhältnismäßig einfach zu besiegen. Es gibt Gegner, die sind viel zu einfach und es gibt Gegner, die sind einfach nur nervig schwer. So, was beliebt den Leute wieder? Ne, das macht Typa. Muss auch nicht. So, war das Heilung? Ne, das war der Angriff. Das war die Heilung. Ach komm, er hat das scheiß Schild schon aktiviert. Die hätten sich so ein bisschen, finde ich, abkuppern sollen von... Die hätten das Kampfsystem einfach von hier Naruto Ultimate Storm abkuppern sollen, dann wäre es alles einfach gewesen. Okay, das war's. Sehr schön. Wir müssen ja die Kämpfe bestreiten, weil, sonst steigen wir auch die Level nicht auf und die brauchen wir ja, da wir sonst hier haushoch für den Arsch sind. Wir laufen bestimmt sowas von falsch. Wir laufen bestimmt sowas von falsch. Ich hätte auch nicht gewusst, wie wir da hochkommen. So, wir besorgen uns erst mal den Speicherpunkt und dann ist alles erst mal duft, so. Oh! Ich bringe hier bestimmt nicht wieder meinen Tod rein. Okay. Sehr schön, haben wir das. So, hier müssen wir ja rüber mit dem schweren Ding. Ähm... Alter, ich warne dich, wenn ich hier gerade wieder falsch bin, ey. Heidewitzka. So sollte er ausreichen. Gleich... An so einen kleinen Minikackstein gefahren. Okay. Gucken wir mal, wie dir das schmeckt. Eine steinernde Faust. Okay. Okay. Ja, schon was gut. Da kommt doch so ein nerviger Vergifter. Okay, das ist schon mal da unten. Okay, das ist schon mal da unten. Ach, haben gewonnen. Ich dachte gerade, ich hätte verloren. Wer hat sich so merkwürdig bewegt? Le Caractere. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo war denn nur so, ganz ehrlich. Da steht auch... Vor dem Tago steht drin, ist schnell weg. Sehr informativ, diese Information. So, die Öko-Informativ-Informationen hat man ja sonst nie. Oh, guck mal, da sind wir unsere Lieblingsgegner. Hui. Hatte ich den Charakter nicht gewechselt? Alter, dieses Spiel. Dieses Spiel, Alter, ich drücke zweimal, damit ich da eigentlich auch zu meinem dritten Charakter wechseln. Nein, da wechselt einmal hin und einmal zurück. Ach, per Gott, nochmal. Wir sind so hundertprozentig falsch gelaufen, Alter. So, weg mit dir. Gesocks. Aber der rote Punkt zeigt uns ja, wo wir hin müssen. Und laut dem roten Punkt ist das hier. Ah, du holst ja sofort hin. Okay, weg mit dir. Hm. Aber so ein Speicherpunkt wäre trotzdem cool. Kann ja sein, dass er in irgendeinem verkackter Speicherpunkt ist. Ist da oben bestimmt. Ja. Ja. Wir sind hier maximal falsch gelaufen. Davon gehe ich fest aus. Wir sind da rumgelaufen. Hä? Ich habe, in dem Haus gab es bestimmt noch irgendeine verkackte Direktstür. Eine Tür, die man nicht gesehen hat oder die ich übersehen habe. So rum. Nein, nein, nein. Gehen wir einfach nochmal hin zurück. Ist ja alles kein Problem. Wir haben mehr Zeit. Witzig. Weißt du, dann bitte gleich die Mini-Win einfach ganz weglassen. Dann spart ihr euch vielleicht sinnvolle Entwicklungsressourcen, um Bugs auszumerzen. Aber bitte dann nicht so einen Scheiß machen. Mini-Mails zu programmieren, die quasi einen Scheiß direkt tun als zu nutzen. Na, kriegen wir unterwegs nochmal. Nennt 25. Geh ich noch. So. Nö tö 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 tö. Ich hätte das Haus nochmal genauer kontrollieren müssen. So was ist ja für alles kein Problem. Ja, das ist ein eigener Fehler irgendwo. letzten endes wo man einfach einfach seine eigenen fehler macht ist alles kein problem damit komme ich zurecht aber wir können noch mal abspeichern sehr gut und ich würde sagen an der stelle beenden wir erstmal die folge wir sind einmal durchgelaufen und falsch gelaufen sind auf weg wieder dahin wo wir gerade waren das ist ja egal das heißt in der nächsten folge werden wir uns noch mal den weg über die zweite brücke bahnen und dann hoffentlich weiterkommen das hoffe ich wirklich sehr wirklich tief im innersten hoffe ich das deswegen wünsche ich euch noch einen schönen tag und bis zum nächsten mal cheerio